In diesem Video zeige ich dir, wie du verschiedene Intervalle hören kannst und wie du sie auch nachsingen kannst. Ich mache jetzt wieder die Umschalttaste und dann gehe ich ein bisschen weiter runter, wieder den Titel ein bisschen runter. Dann mache ich jetzt wieder Titel erzeugen, Intervalle, Hören und Singen. Dann mache ich wieder meinen Copyright dazu. Okay, W. Bechtle. So, jetzt hast du schon mal den Titel dabei. Dann gehe ich noch ein bisschen weiter runter. So, dann machen wir jetzt als kleine Überschrift einen Text dazu. Und zwar mache ich da einen freien Text und möchte hier die kleine Sekunde aufschreiben. Da kann ich auch den Text ein bisschen weiter runter tun. Und dann mache ich mal, kommt ein Vogel geflogen. Das wäre eine kleine Sekunde. Und zwar können wir das dann auch so machen. Ich gehe da nochmals dazu hin. Schreibe mir nochmals einen Text auf, einen freien Text, dass du nochmals weißt, was eine kleine Sekunde ist. Dann schreibe ich dann nochmals auf, eine kleine Sekunde. Da gehe ich an diese Stelle her und schreibe dazu rein. Das ist ein Halbtonschritt. Okay, das kann ich ja nachher noch ein bisschen nachtun. So, kommt ein Vogel geflogen. Da habe ich den Dreivierteltakt. Jetzt klicke ich bei Primus oder Primus Free einfach auf die Taktart. Vier Viertel und sage, ich möchte einen Dreivierteltakt. Und schon habe ich ihn. Dann brauche ich zwei Achtelnoten. Da habe ich hier meine Toolbox. Und dann beginne ich mal mit diesem Intervall. So. Das wäre jetzt der Auftakt. Und da der Takt ja nicht vollständig ist, zeigt mir mein Programm einfach an. Das habe ich so eingestellt. Wenn der Takt nicht voll ist, dann signalisiert es mir, dass es hier im Hintergrund gelb ist. Aber beim Auftakt lässt es sich nicht anders machen. Also lasse ich das so. Dann brauche ich hier einfach mal eine Viertelnote. So. Wenn du jetzt die Note siehst, jetzt löst es schon wieder auf. Eins, zwei, drei. Das ist ja ein Dreivierteltakt. Und dann ist das so. Okay. Und dann ginge das einfach dann weiter. Und ich kann dir noch den Text dazu schreiben. Den Text, den kannst du auch unter Lyrics oder String und L eintragen. Da öffnet sich dann natürlich auch noch so eine, auch wieder eine Textbox. Und jetzt kann ich den Text aufschreiben. Und dann kommt ein Vorgelge. Da fähre ich wieder zurück. Bindestrich. Das wäre schon mal das Intervall. Ich klicke jetzt wieder hier außen hin. Dann ziehe ich das noch ein bisschen weiter runter. Ich möchte noch den Halbton-Schritt etwas anpassen. Und mache das nochmals ein bisschen weiter runter. Den Halbton ein bisschen höher. So, so kann man das machen. So, und jetzt habe ich noch so Grafiken. Damit du siehst, was der Halbton-Schritt ist, mache ich das jetzt hier einfach hin. Du hast also hier zwischen E und F ein Halbton-Schritt. Wenn ein Halbton, eine halbe Sekunde, also eine kleine Sekunde, wenn ein Halbton-Schritt nach oben geht, dann musst du einfach das Lied Kommt ein Vogel geflogen singen. Okay, ich lasse das mal ablaufen, wie das so dann klingt. Okay, ich lasse das noch mal. Gut, das ist das Lied, das du kennen solltest. Dann gehen wir jetzt zur großen Oktave. Nein, wir gehen jetzt erst mal noch zur kleinen Oktave. Und zwar gehe ich wieder zum Dokument. Ich möchte ein neues Stück, ein neues Standardstück dazu machen. Umschalttaste, gehe ich ein bisschen weiter runter, Titel weiter runter. Dann mache ich wieder einen Titel, erzeugen. Dann gehe ich wieder an die Stelle hin und schreibe auf kleine Sekunde abwärts. Dann gehe ich vom Himmel hoch, da komme ich her. Das ist ein Weihnachtslied. Da mache ich dir jetzt mal eine andere Tonart. Und zwar klickst du jetzt genau hier dazwischen, zwischen dem Violinschlüssel und der Taktart. Klickst du dazwischen. Und jetzt öffnet sich das und jetzt möchte ich einfach D-Dur. Das wären die zwei Kreuze hier. Und ich möchte auch die Taktart ändern. Dann klicke ich wieder auf die Taktart und sage, ich möchte zwei Viertel haben. Und jetzt mache ich vom Himmel hoch. Beginnen wir mal mit einem D2. Mit einer Achtel. Und jetzt gehen wir in die Viertel. Hier an die Toolbox runter. Und jetzt komme ich einfach mal hin und gebe die Töne ein. So, jetzt brauche ich noch einen Takt dazu. Dann mache ich wieder das Malzeichen auf dem Nummernblock. Okay. Ich kann ja hier am Schluss dann, da ging es ja weiter, darum lasse ich hier jetzt mal den Schlusstakt weg. Dann gehe ich jetzt nochmals hin und mache String und L. Dann schreiben wir mit String und L hier den Text rein. Vom Himmel, die Leertaste drücke ich jetzt. Dann kommt Hoch, Komma, Leertaste, Da, Leertaste, Komm, Leertaste, Ich, Herr. Und wenn du jetzt hier Himmel hast, dann mache ich Himmel und Bindestrich und dann geht es automatisch dann an die entsprechende Stelle weiter. Und dass du die kleine Sekunde abwärts jetzt etwas noch besser erkennst, dass es die kleine Sekunde abwärts ist, gehe ich hier in die Grafik rein, klicke das auch wieder hin und sage, okay, das wäre jetzt die kleine Sekunde hier an dieser Stelle. Gut, dann machen wir gleich weiter. Mit Skype bekommst du dann wieder hier dieses Zeichen weg. Dann gehen wir zur großen Sekunde. Neues Standardstück. Umschalttaste. Ein bisschen weiter runter gehen. Den Titel etwas runter nehmen. Dann mache ich wieder einen Text erzeugen. Und schreibe große Sekunde. Dann machen wir das wieder mit dem Copyright. Okay. Dann mache ich die große Sekunde. Und zwar mache ich das jetzt mit alle Jahre wieder. Ich glaube, das kennst du auch. Dann gehen wir hier wieder in die Tonart D-Dur rein. Den brauche ich jetzt nicht. Ich muss in D-Dur. Also hier genau dazwischen zwei Kreuze ist D-Dur. Vier Viertel-Takt passt. Jetzt möchte ich mal eine punktierte Note. Ich habe hier eine Viertel-Note. Ich mache einen Punkt dazu. Dann fange ich mit A1 an. Und jetzt brauche ich eine Achtel-Note. Da verschwindet hier hinten der Punkt. So, dann habe ich an dieser Stelle die Achtel. Dann brauche ich Viertel. Dann brauche ich eine halbe Note. So, dann geht das Stück hier auch wieder weiter. Dann machen wir wieder String und L. Dann gehe ich hier rein und schreibe auf. So kannst du das mit dem Notenprogramm Primus dann ganz gut machen. Und die große Sekunde, die geht hier aufwärts. Dann mache ich dir wieder ein Zeichen dafür, dass du siehst, genau das ist jetzt die große Sekunde. So, und dann ziehe ich das noch ein bisschen rüber. Jetzt siehst du, das ist die große Sekunde. Und damit du das dann auch noch etwas besser mit dem Keyboard siehst, hier habe ich die Note A. Damit jetzt die Grafikeinfügen verschwindet, mache ich wieder Escape. Und jetzt habe ich die Note A. Eine ganze, ein Ganzton ist das. Das heißt, es ist die große Sekunde. Du hast hier A und H. Warum? Du hast noch einen Halbton und noch einen Halbton und zwei Halbtäne. Das war jetzt falsch. Warum habe ich das falsch gespielt? Und ich müsste dir dieses Fis spielen, weil hier vorne ein Kreuz ist. Also spiele ich nochmals. So, und jetzt das Fis. Ich kann es natürlich auch noch abspielen lassen. Okay. Und jetzt weißt du, wie eine große Sekunde nach oben geht. Dann machen wir gleich wieder ein Stück dazu. Und dann nehme ich das wieder ein bisschen rauf. Umschalttaste. Zurück. Ich muss erst mal hier ins freie Feld klicken. Umschalttaste. Den Text wieder etwas runternehmen. Die Notenlinie etwas runternehmen. Den Titel etwas runternehmen. Dann gehe ich wieder auf Text rein. Da kann ich jetzt, da schreibe ich jetzt einfach dazu. Da brauche ich nicht so viel schreiben. Große Sekunde abwärts. Oben ist es die große Sekunde. Aufwärts. Das kannst du dann auch noch ändern, wenn du dann das ändern möchtest. Dann klickst du dann hin und bearbeitest das dann an der entsprechenden Stelle. Muss halt dann auch einfach ausprobieren. Und dann hast du das auch. So, jetzt habe ich das. Aufwärts. Dann klicke ich wieder Escape. Dann bin ich wieder raus. So, dann mache ich mal eine große Sekunde. Eine große Sekunde abwärts. Und zwar Schlaf, Kindlein, Schlaf. Das kennst du sicher noch aus dem Kindergarten. Das machen wir dann in F-Dur. Das heißt, hier brauche ich ein B. Dann brauche ich wieder eine andere Taktart. Das heißt, ich klicke einfach auf die Vierviertel. Bin jetzt an dieser Stelle mit Zwovierteln. So, dann fange ich mit einer Viertelnote an. Und zwar mit dem A hier. Und dann noch ein G. Dann eine Viertelnote F. So, jetzt brauche ich eine Achtelnote. Und zwar klicke ich jetzt mit der rechten Maustaste hier rein. So, jetzt siehst du, hier habe ich eine Achtelpause mit der rechten Maustaste. Die Pausen machen wir immer mit der rechten Maustaste. Du musst nur hier unten in der Toolbox dann die entsprechenden Notenwerte eingeben. Und jetzt gehe ich aufs C. Und dann gebe ich einfach, dass du die Melodie fertig hast. Dass du die erste Phrase wenigstens komplett hast. So, das lasse ich einfach mal laufen. Klingt doch ganz gut. Dann schreiben wir erstmal den Text hin. String L. Und zwar klicke ich dann wieder an die Note hin, dass das Programm weiß, wo ich anfange. Schlaf, Kind, Bindestrich, Lein, Komma, das war die Leertaste wieder. Und dann Schlaf, Ausrufe, Zeichen. Dann Leertaste. Jetzt geht es zur entsprechenden Note hin. Der Fa, Bindestrich, Ter, Hüt, Die, Schaf. Und so weiter. So, und dass du jetzt noch die große Sekunde abwärts siehst, markiere ich das wieder hier an dieser Stelle. Dann hast du das genau hier die große Sekunde. Das heißt, ich habe hier den Ton. Jetzt siehst du es wieder. Große Sekunde. Ein Halbtonschnitt. Und noch einer ist ein Ganzton. Hier brauche ich kein Fiss spielen. Hier hat es nur hier vorne, zeigt es mir an. Statt dem H muss ich ein B spielen. Das spielt für dich im Prinzip hier ja auch gar keine Rolle, weil es ja auch gar kein H drin hat. Also kannst du das einfach so entweder spielen oder wenn du eine Melodie da hast, kannst du auch diese Töne auf deiner Mundharmonika ganz problemlos spielen. Hör dir das ein paar Mal an. So, und wenn du jetzt diesen Abstand hörst, die große Sekunde, dann weißt du, jetzt habe ich eine große Sekunde abwärts. Und wann brauchst du das? Du bekommst vielleicht irgendeinen Ton. Ich sage mal zum Beispiel dieses F. Und jetzt heißt es, spiel mal. Jetzt klingt ein Ton. Jetzt sollst du von dem F einen ganzen Ton runter oder wenn du vom, sagen wir, vom A aus einen ganzen Ton runter spielen solltest, dann wäre das einfach dieser Ton. Wäre es von F ein Ton, hier oben zum Beispiel. Jetzt brauche ich einen ganzen Ton. Okay, dann habe ich einen ganzen Ton oder eine große Sekunde abwärts. So, das wäre es dann. Oder hier ein F. Okay, spielt keine Rolle, an welcher Stelle du das hast. Einen ganzen Ton ist immer ein halber dazu. So, das wäre das runter. Dann gehen wir jetzt mal gleich zur Torz. Und zwar wieder Escape. Und dann machen wir wieder ein neues Stück hinzufügen. Wieder hier mal in das freie Feld mit der linken Maustaste klicken. Umschalttaste. Ich nehme das wieder etwas weiter runter. Gebe hier einen Titel ein. Doppelklick. String A. Dann habe ich den voll gemacht. Dann schreibe ich auf kleine Terz. Und das ist, die klingt so nach Moll. Und das Lied Kuckuck. Also Kuckuck wäre da zum Beispiel so als Eselsbrücke dann. Okay, dann machen wir mal eine kleine Tarz aufwärts. Ich brauche dazu D-Dur. Also klicke ich hier wieder zwischen dem Violinschlüssel und der Taktart ein. Da klicke ich mal drauf. Jetzt öffnet sich D-Dur. Ich klicke hier hin. Jetzt habe ich schon D-Dur. Und die Taktart ändere ich auch. Also klicke ich hier drauf und sage, ich möchte einen 6-Achtel-Takt. Eine Viertelnote habe ich ja hier schon. So. So. Ein Knab. Da brauche ich jetzt eine punktierte Achtel. Und jetzt brauche ich eine Sechzehntel. Und jetzt brauche ich eine Achtel. Und siehst du, ist der Takt wieder voll. So, dann brauche ich hier eine Viertelnote. Und jetzt eine Achtel-Note. Und jetzt brauche ich noch eine punktierte Viertelnote. Und dann habe ich den Takt voll. Und dann ging es natürlich wieder weiter. Dann schreibe ich dir jetzt mal gleich den Text runter. Also ich klicke einfach mal wieder hier in das freie Feld mit der linken Maustaste. String L. Sagt mir dann, damit kann ich dann den Text runter schreiben. Dann schreibe ich mal SA. Dann mache ich wieder eine Leertaste. Ein. Leertaste. Knab. Leertaste. Ein. Das war hier falsch. Das heißt, ich brauche hier nochmals eine Leertaste. SA. Ein Knab. Ein. Rös. Bindelstrich wieder allein. Leerzeichen. Stehen. So. Und damit du es noch genau siehst. Wo ist jetzt die kleine Tarts runterwärts? Äh, wo ist eine kleine Tarts aufwärts? Dann, äh, mache ich hier an dieser Stelle wieder entsprechend das Zeichen hin. Das wäre die kleine Tarts aufwärts. Wenn dir so ein Lied nicht so bekannt ist, dann musst du einfach mal schauen, welche Lieder passen für dich, welche kennst du. Und, äh, dann kannst du auch entsprechend, ähm, dir dann die, durch Liedanfänge, die Intervalle bemerken. Wenn ich jetzt hier dieses F habe und dieses A, dann gehe ich einfach mal zu diesem F. So, dann habe ich hier das F und das A. Eins, zwei. So, jetzt siehst du, ich habe einen Fehler gemacht. Das ist ja kein F. Ich bin hier jetzt in der Tonart Fis, deswegen klingt es ja nicht. Und ich habe hier gezählt. Eins. Eins, zwei, drei, vier. Also spiele ich hier den Ton, ja. Jetzt hast du es. Also, selbst wenn du Profi bist, man muss halt auch immer wieder hier schauen und am Computer ist es immer ein bisschen so, ähm, etwas anders, als wenn man am Klavier sitzt oder an der Gitarre sitzt. Ähm, und dann ist es wichtig, dass wenn du einen Fehler machst, dass du es einfach auch mal hörst. Also, hier hast du jetzt eine kleine Tarts nach oben. Eine kleine Tarts nach oben hat drei Halbtonschritte. Hier hast du das Fis. Das wäre hier. Fis. Eins, zwei, drei. Das heißt, du hast es hier an dieser Stelle dann. Okay, dann gehen wir jetzt noch zu einer kleinen Tarts nach unten. Ich gehe jetzt wieder hier einfach mit der linken Maustaste hin. Mache wieder ein neues Dokument. Umschalttaste wieder ein bisschen runterziehen. Wieder den Titel nehmen. Ähm, Doppelklick. String A. Dann habe ich das voll gemacht. Ähm, ähm, dann habe ich alles markiert. Und jetzt mache ich eine kleine Terz abwärts. Okay. Ja, dann nehmen wir doch einfach mal den Kuckucksruf. Dann brauche ich hier an dieser Stelle wieder eine andere Tonart. Und zwar gehe ich jetzt mal in F-Dur rein. Okay, warum brauchen wir verschiedene Tonarten? Das ist einfach, das ist einfach, manchmal kann man einfach bestimmte Lieder nur in einer bestimmten Höhe spielen und in einem Biss oder singen und in einer etwas tieferen Tonart, also wenn der Ton etwas tiefer anfangen würde oder höher, dann klingt es einfach nicht so gut für die Stimme. Dann stelle ich hier noch die Taktart um und zwar brauche ich hier den Dreivierteltakt und dann brauche ich Viertelnoten. Dann machen wir die Viertelnote und zwar Kuck. Kuck. Rechte Maustaste brauche ich, ähm, mit der rechten Maustaste mache ich die Viertelpause. Hier habe ich ja die Viertelnote drin. Und jetzt machen wir nochmals den Kuckuck. So, und dann geht es einfach, ruft es aus dem Wald. Ruft es. Dann brauche ich hier an dieser Stelle eine halbe Note. Ruft es. Dann schreiben wir den Text mal rein. Dann, wir singen nicht Kuckuck, sondern Kuckuck. Deswegen machen wir hier die Trennung. Dann machen wir eine Leertaste. Dann geht es an die entsprechende Note und dann schreibe ich wieder Kuh, Bindestrich. Kuckuckuck. Dann wieder eine Leertaste. Und jetzt schreibe ich, ruft es. Leertaste aus dem Leertaste Wald. Dann markieren wir nochmals die kleine Tarts abwärts. Grafik, kleine Tarts abwärts. Okay, und an dieser Stelle markieren wir das auch noch. So, du hast also hier an dieser Stelle, Escape, dann ist das wieder verschwunden. Du hast also hier jetzt das C. Das kann ich dir auch noch ablaufen lassen. Ich denke, das Lied ist bekannt. Und da hast du jetzt hier wieder C an dieser Stelle. Und das A. 1, 2, 3 Halbtöne. Und das sind hier von C nach H ist ein Halbton. Und von H nach A ist ein ganzer 1, 2. 1, 2, 3 Halbton. 1, 2, 3 Halbton. 1, 2, 3 Halbton. 1, 2, 3 Halbton. Okay. Dann gehe ich jetzt zur großen Tarts. Und zwar ist es der Dur-Dreiklang. Das heißt, ich klicke jetzt einfach wieder hier außen hin oder mache ich Escape. Dann gehe ich wieder auf Dokument, neues Stück, dann mache ich wieder String und die linke Maustaste, den Text ein bisschen runter. So, Doppelklick, String A, dann habe ich das alles markiert. Dann schreibe ich die große Tarts auf. Große, Tarts. Das wäre dann für den Dur-Akkord oder die Dur-Tarts. Die kleine Tarts wäre die Moll-Tarts. Und wenn du jetzt die große Tarts aufwärts, brauche ich ja, du siehst ja, ob sie aufwärts ist, dann aufschreibe. Dann verwenden wir mal das Lied Alle Vögel sind schon da. Also, wieder die Tonart ändern. Das heißt, ich klicke hier nochmals drauf. D-Dur. Für Vierteltakt passt. Dann brauche ich zunächst eine punktierte Viertelnote. Ich fange hier mit D an. Dann kann ich hier noch ein F spielen. Und dann kann ich ein A spielen. Und D. Jetzt brauche ich noch zwei Achtelnoten. Und schön ist, dass du bei diesem Programm das auch dann hörst, ob du etwas falsch machst. So, und dann geht es wieder hier weiter. Ich markiere am besten schon mal gleich wieder die Rose-Tarts. Das wäre übrigens gerade ein D-Dur-Akkord. D, Fis, A, D. Ich lasse es am besten mal ablaufen. Am besten noch einmal. Okay, das will hier natürlich weiter spielen. Jetzt schreibe ich noch, also Escape, das könnte ich noch ein bisschen weiter runter machen, dass es schöner aussieht. Und jetzt schreibe ich dir den Text noch drunter. So, dann gehen wir auf All. Jetzt mache ich Bindestrich. Le, Leertaste, Fö, Bindestrich, Gel, Leertaste, Sind, Schon, Da. So, und hier hast du das auch wieder an dieser Stelle, wenn ich da D mache. Da habe ich D und ein Fis. D und ein Fis. Eins, zwei, drei, vier. Okay, vier Halbtonschritte. Dann habe ich hier an dieser Stelle die große Tarts. Okay, dann können wir ja mal überlegen, was für eine Tarts ist das hier? Von Fis nach A. Fis auf A. Eins, zwei, drei. Das ist ein Dur-Akkord. Das ist dann also aufgebaut aus einer großen Tarts. Und aus einer kleinen Tarts. Und dann macht man einfach noch die Oktave dazu. Eins, drei, fünf, acht. Das kannst du dir schon mal merken. Und ein Dur-Akkord hat eine große Tarts und eine kleine. Ein Moll-Akkord hat eine kleine Tarts und eine große Tarts. Und immer die Oktave, die kann man dann dazu nehmen. Dann wäre es ein Vierklang. Sind es nur drei Töne, dann wäre es einfach ein Dreiklang. Drücke ich wieder hier mit der linken Maustaste oder Escape. Gehe weiter, mache ein neues Stück dazu. Und mache jetzt wieder mit der Umschalttaste den Titel dazu. Doppelklick, String A. Jetzt habe ich das markiert. Dann schreibe ich große Tarts abwärts. So, dann mache ich das noch ein bisschen runter. Dann gehe ich zur großen Tarts abwärts. Dann mache ich hier ein Lied mit G-Dur. Das heißt ein Kreuz. Da bin ich mir nicht so sicher, ob du das Lied kennst. Ich sage jetzt extra mal nichts. Viertelnote. Eine halbe Note, dann hier eine Viertelnote. Und dann geht es wieder weiter. Jetzt lasse ich es mal ablaufen. Die große Tarts runter. Die markiere ich dir am besten gleich. Dann kannst du dich darauf einstellen. So, da habe ich die große Tarts runter. Ich drücke wieder Escape. Dann ist wieder dieses Grafikzeichen weg. Und jetzt lasse ich es mal laufen. Am besten lasse ich es nochmals laufen. Und ist das hier bekannt? Ich schreibe mal den Text auf. String L. Da kommt wieder der Text dazu. Dann fangen wir mal an. An dieser Stelle String L nochmals. Dann brauche ich noch eine Leertaste. Da, ein deutsches Volkslied. Nun ruhen alle Wälder. Ich lasse es noch einmal laufen. Dann kannst du es mit dem Text verfolgen. Und auch versuchen nachzusingen. Und wieder kannst du einfach immer zum entsprechenden Zeitpunkt den Film anhalten. Du kannst auch vorspulen und das gleiche einfach nochmals machen. Schreib die Noten am besten mit auf. Und übe das einfach auf einem Instrument. Und du kannst natürlich auch hier dieses Stück transponieren. Das heißt, du gehst dann hier wieder Escape oder linke Maustaste. Dann gehst du einfach mal auf Stück, auf Transponieren. Und dann kannst du das sagen, in welche Tonart du das haben möchtest. Möchtest du es in C-Dur haben, dann gibst du einfach hier die entsprechende Tonart dann ein. Rauf oder runter und so weiter. Und dann kannst du das in C-Dur dann machen. Und der Computer sagt dir dann auch noch den Takt oder das ganze Stück. Und dann könntest du es auch wieder auf der Mundharmonika Melody Star dann spielen. Denn ich sehe gerade, dass der Film schon 36 Minuten geht. Deswegen mache ich jetzt mal an dieser Stelle Schluss. Schreibe hier, dann mache ich das jetzt nochmal weg. Dann gehe ich jetzt mal auf das erste Blatt. Dann schreibe ich hier am besten auch noch was dazu. Teil 1. Leerzeichen. Dann hast du das also jetzt von der kleinen Sekunde bis zur großen Terz. Das kann ich nochmals abspielen lassen. Dann kann ich an diese Stelle hin, an dieses Stück. Okay, wie mache ich das jetzt, dass das auch spielt? Und dann gehe ich an diese Stelle hin. Okay, das hat es wieder. Dann gehe ich jetzt hier mal hin. Das sind jedes Mal ja neue Stücke im Prinzip. Die sind nicht fortlaufend. Dann drücke ich jetzt hier wieder hin. Das siehst du wieder. Hier hat es so einen grünen Rahmen. Jetzt weiß das Programm, dass es das hier abspielen soll. Große Sekunde aufwärts. Dann drücke ich hier wieder hin. Dann weiß das Programm wieder. Aha, jetzt kommt dieser Teil. Okay, jetzt gehe ich aber jetzt mal runter an den Teil hier. Okay, die Geschwindigkeit kann man auch noch hier oben entsprechend am Mixer und so weiter einstellen. So, dann hat er das hier oben gefressen. Da bin ich jetzt hier auch dran. Okay. Dann gehen wir noch an die Seite 2. So, dann gehen wir zur großen Torz. Da muss das, ja, es spielt noch fertig. Da spielst du jetzt die leeren Takte einfach noch mit. Und dann gibt es erst eine Ruhe. Und dann kannst du weiterspielen. So, das gehen wir jetzt an diese Stelle her. Große Torz abwärts. So, und jetzt siehst du, dass es fertig ist. Und dann wünsche ich dir viel Spaß beim Üben. Und dann einfach mal die Intervalle nachzusingen. Und dann versuchst du mal die Intervalle auch entsprechend zu hören. Und dann kannst du sagen, das ist die große Torz, kleine Torz, große Sekunde, kleine Sekunde und so weiter. Ja, und dann übst du. Und je mehr du übst, umso besser ist es. Und dann viel Spaß. Und dann bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.